In der Version 3.1. Ich werde in diesem Video zeigen, wie man eine Karte anzeigt, was nicht so einfach ist. Wie man Google Maps Karten anzeigt, was auch nicht so einfach ist. Und wie man nach bestimmten Orten oder Features sucht, was auch nicht so einfach ist. Fand ich zumindest. Okay, wenn ihr QGIS runtergeladen habt, dann werdet ihr erstmal hiermit begrüßt. Ich mache das mal zu. So sieht das dann aus. Das erste, was ihr machen wollt, ist ein neues Projekt erstellen. Gegebenenfalls habt ihr das auf Deutsch, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Dann werdet ihr mit einer weißen Karte begrüßt. Das bringt euch auch nicht so viel. Dann geht ihr auf Web und dann könnt ihr auf Quick Map Services und dann OSM. Das ist Open Street Map. Das ist das Äquivalent zu Google Maps. Dann könnt ihr OSM Standard eingeben und dann habt ihr hier schon zumindest mal eine Karte. So, dann können wir hier mal reinzoomen ein bisschen. Zum Beispiel nach Deutschland, zum Beispiel nach Hamburg suchen. Zoomen wir mal rein. Hier kann man schon einiges sehen, einiges angucken. Da sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Wo drauf ich euch aufmerksam machen will, ist, wir haben hier einen Browser und wir haben hier ein Layer Fenster. Darüber werde ich gleich noch reden. Wenn die euch fehlen, dann geht ihr auf View oder auf Deutsch dann wahrscheinlich sowas wie Ansicht. Und dann könnt ihr, das ist jetzt nicht mehr im Video, weiter unten auf Panels gehen und dann habt ihr hier Browser und Layers. Die könnt ihr ein- oder ausschalten. So, dann wollen wir jetzt erstmal Google Maps hinzufügen. Dazu geht ihr auf XYZ-Tiles und dann habt ihr sowas wahrscheinlich wie Google Satellite. Das werdet ihr nicht hier haben. Das habe ich hinzugefügt. Ihr werdet das hier haben. Wenn ihr das aktivieren wollt, dann macht ihr das mit Drag & Drop rein. Dann seht ihr, das ist jetzt hier in dem Layer Fenster mit reingekommen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das scheint irgendwie nicht gut zu funktionieren. Deswegen werden wir jetzt unser eigenes hinzufügen. Was wir dazu machen, wir gehen hier auf XYZ-Tiles, machen einen Rechtsklick, New Connection oder neue Verbindung wahrscheinlich auf Deutsch dann. Dann könnt ihr hier den Namen machen. Ich mache jetzt mal Google Maps, G-Maps und dann fügt ihr diesen Wert hier ein. Ich werde das auch noch in die Videobeschreibung reinmachen. Ich weiß gar nicht. Ich stelle gerade fest, das ist ja CN hier. Vielleicht kann man da auch noch DE eingeben, aber das könnt ihr dann selber rausfinden. Dann sagt ihr erstmal OK und dann habt ihr hier euer neues Google Maps. Und das könnt ihr jetzt auch mal so reinziehen, hier oder hier. Und dann seht ihr, hat funktioniert. Wir können dieses Ding jetzt mal löschen. Das ist völlig uninteressant auch. Wenn ihr jetzt sagt, wir wollen aber jetzt so ein Mittelding haben aus dem und dem, dann könnt ihr einfach mal Rechtsklick machen. Das ist jetzt nicht mehr im Video drin. Ganz unten habt ihr die Eigenschaften, dann kriegt ihr sowas hier. Und dann könnt ihr hier auf Deutsch dann wahrscheinlich Transparenz, Transparency, könnt ihr hier einfach einstellen, dass das zum Beispiel 50% transparent sein soll. Das ist dann OK. Das gilt übrigens auch nur für das Layer selbst. Das heißt, das hier oben wird nicht eng umgestellt. Wenn ihr jetzt sagt, OK, ich will jetzt eins haben, was so transparent ist, damit ich mal so halb nachgucken kann. Und eins, was nicht transparent ist, dann füge ich einfach ein neues ein. Habe ich hier. Das hier ist gerade aktiv. Wenn ich das mal ausmache, das hier ist transparent. Und das hier ist nicht transparent. So, da sind wir doch schon mal ein ganzes Stück weiter. OK, was könnte man jetzt noch machen wollen? Jetzt könnte man noch nach Orten oder sogenannten Features suchen. Zum Beispiel nach, ich will jetzt zum Beispiel wissen, wie viel, wo das Wasser, die, also man sieht hier, ich mach das mal weg hier. Man kann jetzt hier am Blau sehen. Ach, das ist so schwer zu treffen. Hier, man sieht hier, gerade in Hamburg, sieht man viel Wasser, viel Wasser. Und jetzt will ich diese ganzen Wasserwege hier als Daten haben. Und das kann ich machen mit diesem Tool, was hier rechts oben ist, QuickOSM. Das ist aber nicht standardmäßig installiert. Das muss man erst installieren. Ganz einfach. Wir gehen oben auf Plugins und dann Manage und Install Plugins. Auf Deutsch irgendein anderer Wert. Irgendein anderes. Was anderes steht dann da. Und dann öffnet sich das Ding. Und hier geben wir ein QuickOSM. Und dann wird das schon angezeigt. In meinem Fall ist das bereits installiert. Ihr klickt da einfach drauf, installieren, schließen und alles ist gut. Dann habt ihr diesen kleinen Knubbel hier. So, und dann könnt ihr da drauf drücken und dann öffnet sich dieses Fenster. Das könnte bei euch anders aussehen, gerade wenn ihr eine neuere Version habt. Das hier ist die aktuellste oder die Long-Term-Release-Version. Deswegen sieht das ein bisschen älter aus, wahrscheinlich. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel nach, wir suchen mal nach Waterway. Das ist die Kategorie für Sachen, die mit Wasser zu tun haben. Da sind auch so, ich sag mal, Wehre mit einbegriffen. Oder ich weiß gar nicht, was sind Ditches. Ich kann das nicht alles übersetzen, aber ist auch egal. Jedenfalls, man könnte jetzt hier, das ist die Gruppe, die Obergruppe sozusagen. Hier ist sozusagen die Untergruppe. Also suchen wir nur nach Flüssen, suchen wir nur nach River. Oder suchen wir nach Wehren, auf Englisch dann Where. Oder suchen wir, Where ist übrigens nicht nur ein Wehr, sondern auch einfach nur so ein, ich nenne es mal kleiner Wasserfall. Oder suchen wir nach einem Ditch, was auch immer das genau auf Deutsch heißt. Oder es gibt auch noch Streams. Also das sind so Unterkategorien. Die können wir aber freilassen, dann haben wir keine Unterkategorie. Okay, jetzt geben wir hier ein, wo wir suchen. Wir sagen hier Canvas Extend. Das ist das Einfachste, was das bedeutet ist. Wir haben hier ja gerade die Karte offen. Das heißt, er sucht dann hier in dieser Umgebung. So, und dann gehen wir ein bisschen nach unten. Und sagen Run Query. Und das dauert jetzt erstmal ein bisschen. So, der findet die dann. Und dann sieht man hier, Successful three layers had been loaded. Und end done. Okay, wir können das mal schließen hier wieder. Und dann sieht man hier, wir haben drei neue Layer. Und wir können jetzt gucken. Hier, guck mal, da sieht man die Punkte. Und hier sieht man, sie bewegt sich auch was. Oh, das war ein bisschen zu schnell geklickt. Und hier bewegt sich auch was. So. Das sind jetzt verschiedene Informationen, die hier angezeigt werden. Wir können ja erstmal mit den Flussinformationen starten. Wir stellen fest, das ist sehr, sehr schwer zu sehen. Deswegen machen wir einen Rechtsklick und sagen dann hier unten Eigenschaften oder Properties. Und dann kriegen wir das hier angezeigt. Dann können wir hier sagen, das ist die Dicke der Schrift. Wir können die einfach ein bisschen hochdrehen. Ich drehe hier am Scrollrad. Am Scrollrad. Dann machen wir mal Apply. Und dann sieht man hier, das sieht schon ganz anders aus. Wir können sogar einen Neon-Effekt drauf machen. Boah, wie geil ist das denn? Das war ein bisschen zu heftig. Okay, wir machen das mal so. Also da kann man jetzt schon ein bisschen genauer sehen, was hier alles angezeigt wird. Okay, und jetzt stellt man aber auch fest, das sind hier alles einzelne, ich nenne es mal Datenpunkte oder man könnte auch sagen Vektoren. Also wir haben hier einen Abschnitt, wir haben hier vielleicht einen Abschnitt, hier einen Abschnitt. Dann haben wir hier ein paar Abschnitte. Und das sind alles einzelne Daten. Und die können wir uns angucken, indem wir Rechtsklick machen und dann Open Attribute Table. So sieht das Ding dann aus. Hier sind diese ganzen, das ist quasi die Datenbank von dem Kram, der gerade angezeigt wird. Und dann sieht man auch, wir haben zum Beispiel hier, der Name ist Elbe. Es ist ein River, das heißt, das ist eine Unterkategorie, ist River. Dann haben wir hier ganz viele andere Namen für ganz viele andere Sprachen. Und viele andere Daten, die uns jetzt gerade nicht interessieren. Wir klicken da jetzt drauf und dann wird uns das markiert irgendwo hier, wo auch immer. Achso, wir können auch mal, Achtung, man muss sich hier an die Icons gewöhnen. Ich klicke jetzt hier drauf, Dock Attribute Table, klicke ich drauf und dann geht das hier hin. Wenn ich das wieder als einzelnes Fenster haben will, ist ein bisschen schwierig. Ich klicke einfach hier drauf. So, so kann ich das hin und her switchen. Nein, nicht das, hier. So, sehr gut. Und so, genau. Und jetzt können wir natürlich sagen, wir suchen hier nach einem bestimmten, nach irgendwas Bestimmten, nach irgendwas Bestimmten. Zum Beispiel suchen wir nach einem Wer. Wo ist denn ein Wer? Wenn wir das hier anklicken, dann wird das auf der Karte markiert. Aber, da ist jetzt so viel und wir sind so weit rausgezoomt, dass wir gar nichts mehr sehen. Dann können wir einfach sagen, hier rechtsklick und dann können wir, oh, das wird nicht mehr angezeigt, oder? Sieht man das noch? Doch, sieht man noch. Zoom to Feature. Und dann zoomt der uns nämlich rein. Der zoomt uns ganz schön stark rein und dann können wir wieder rauszoomen und dann sehen wir, ach, hier ist das. Wir können vielleicht jetzt auch nochmal die Properties ein bisschen nachstellen. So, puh, ich habe das jetzt nochmal ein bisschen verändert. Man sieht hier jetzt, dass es hier gelb markiert. Wenn ich das jetzt was anderes anklicke, dann geht die Markierung hier weg und der markiert was anderes irgendwo auf der Karte. Oder man könnte auch sagen, deselect all hier auf diesem Button. So, so kriegt man also die Information, was wo ist. Also, man sucht hier, wenn wir nach Werden suchen, dann können wir hier, wie gesagt, rechtsklick machen, reinzoomen und dann findet er das. Und ich stehe gerade fest, hier gibt es richtig genaue Informationen. So, manchmal ist es dann vielleicht auch so, jetzt sagt ihr, oh, ich will jetzt filtern hier nach irgendwas. Dann klickt ihr da drauf und dann kriegt ihr dieses Fenster hier und dann denkt ihr, oh mein Gott, wie komme ich wieder zurück. Oh, 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 oh. Und dann klickt ihr hier nochmal drauf und dann stellt ihr fest, das geht ja überhaupt nicht. Und jetzt, der Trick ist, hier unten rechts habt ihr so diese zwei Buttons, da klickt ihr auf den rechten drauf und dann seid ihr wieder drüben. Oh Mann, war das schwierig. Okay, dann können wir das wieder zumachen. Wir sind eigentlich so von den Funktionen her am Ende. Wir gucken uns nur nochmal gerade hier den Rest auch noch an. Guck mal, wir hatten hier noch Punkte. Die können wir natürlich auch in den Properties ein bisschen größer machen. Achtet darauf, wenn ihr die anpasst hier, die sind immer so groß. Egal, wie weit ihr raus oder reinzoomt. Also, ihr seht schon, wenn man jetzt ganz weit rauszoomt, dann sieht man irgendwann gar nichts mehr. Und dafür, wenn man ziemlich weit reinzoomt, sind die doch ein bisschen klein. Und jetzt wollen wir hierzu auch ein paar Informationen haben. Also, auch wieder rechtsklick. Open Attribute Table. Das öffnet sich wieder hier so in einem separaten Fenster. Wir können das wieder, Moment, hier. Wir docken das wieder an. So. Und jetzt können wir mal gucken. Und ich würde natürlich eigentlich auch gerne wissen, wie man hier draufklickt, um dann hier navigiert zu werden. Aber ich weiß nicht, wie man von der Karte hierhin kommt. Also, ich kann euch nur sagen, wie man von hier aus zum Ort kommt. Wir können jetzt mal hier mal gucken, kriegen wir irgendwas Interessantes. Guck mal, hier ist zum Beispiel ein Security Log. Wir machen mal hier rechtsklick und dann Pen to Feature. Also, einfach nur bewegen dahin. Und dann sehen wir, ah, guck mal, hier ist ein Security Log. Wie gesagt, also nichts Neues im Grunde, sondern nur nochmal das Ganze selber mit einem anderen sogenannten Feature. Und das ist jetzt auch erstmal alles. Das Video ist lang genug. Vielen Dank fürs Schauen bei irgendwelchen Fragen. Achso, Entschuldigung, eine Sache noch am Ende. Und zwar, wenn ihr wissen wollt, wo ihr hier überhaupt seid, dann könnt ihr hier unten die Koordinaten sehen. Ich weiß noch nicht genau, wie man die benutzt, aber die sieht man hier. Und das Koordinatensystem, das seht ihr hier unten rechts. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr auch ein anderes Koordinatensystem wählen. Da gibt es hier einigermaßen viele. Warum, was ist das mit dem Koordinatensystem? Was passieren kann, ist, dass ihr von irgendwo anders Daten bekommt und die hier anzeigen lassen wollt. Zum Beispiel hier so Flussdaten. Und die haben aber ein anderes Koordinatensystem. Und was dann passieren kann, dass das mir nämlich passiert, dann ist es zum Beispiel ein bisschen verrutscht. Zum Beispiel dann der eigentliche Fluss auf der OSM-Standardkarte, der läuft hier und eure Daten, laut euren Daten läuft der Fluss aber hier. Das liegt dann da dran, dass wahrscheinlich euer Koordinatensystem nicht übereinstimmt. Also das vom OSM-Standard, das, was die Hintergrundkarte anzeigt und das hier. Also eure, ja, in dem Beispiel hier Flussdaten dann hier. Na gut, also in diesem Sinne, vielen Dank für's Schauen.